Was ich mich gerade frage, und vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten, ich habe hier wieder was entdeckt, wo ich wieder sage, es ist einfach nur unglaublich, nämlich, hier, vier Salatherzen in einer Box, also nur die Herzen. Und vielleicht können die mir ja mal erklären, was die mit dem Rest machen. Denn Salat besteht ja nicht nur aus Herzen, sondern auch noch dem Ganzen drumherum. Was machen die bitte mit dem Rest? Na, auf eure Antworten bin ich mal gespannt. Ich kriege jetzt keine Minute zusammen, tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich noch über diese... Ach so, was die kosten? 1,99. Jetzt warte mal, was die Kopfsalat kostet. Der ist hier. Der ganze Salat kostet 1,19. Also ein ganzer Salat, der ist total labberig, kostet 1,19. Und die vier Salatherzen 1,99. Wahnsinn, gell? Ich nehme die Herzen mit. Und tschüss.